Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Hobots Legacy. Falls ihr letztes Fall passt hat, checkt sie gerne ab. Ihr könnt doch gerne auch, wie immer, die Playlist abchecken. Die packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Es lohnt sich auf jeden Fall. Was haben wir letzte Folge gemacht? Letzte Folge haben wir dem Deak geholfen, seinen Phönix zu retten. Also nicht seinen Phönix, sondern einen Phönix. Aber wir haben ihn gerettet und da ist er. Wir haben hier Gumbledore jetzt bei uns im Gehege. Das Gehege haben wir auch neu dazu bekommen, mit der Tierart. Ja, diese Folge widmen wir uns mal wieder. Diese Folge beschäftigen wir uns mal wieder mit der Poppy. Und zwar haben wir ja da den Mondstein gefunden. Und darum kümmern wir uns jetzt mal, was sie so eine Erfahrung gebracht hat. Ja, weiterhin bereiten wir uns auf die ZAGs vor, die ja immer noch anstehen. Dann können wir dann immer noch unser Buch füllen und dann auch zur Abschlussfeier muss man auch Stufe 34 sein. Dann noch ein weiter Weg vor uns. Mal gucken, was man da noch so alles erfüllen kann, um da hinzukommen. Was haben wir noch offen? Wir haben noch offen mit Sebastian, der Anne Helfen. Der Anne Helfen mit dem Heilmittel. Und noch eine Aufgabe. Da muss ich dann gleich mal gucken, was das war. Ja, aber siehst du schon mal hier. Das ist ja mal ein Wunder. Und das geschah, nachdem du den Mondstein platziert hattest. Weißt du warum oder was das bedeutet? Hat es mit den Schnatzern zu tun? Reveilion. Das Wissen einer Person kann weit sein wie die See. Doch seiner Tiefe sind Grenzen gesetzt. Okay. Schön, dich wiederzusehen, Doran. Hat Poppy dir schon alles erzählt? Das hat sie. Und ich bin froh, dass ihr beide sicher zurückgekehrt seid. Ich zweifelte an der Weisheit, euch auf einen Weg zu schicken, der bestenfalls unbekannt und schlimmstenfalls tödlich war. Aber der Weitblick der Zentauren ist weder persönlich noch einseitig. Der Himmel sagt uns, was kommen wird. Und oft verstehen wir nicht, was wir gesehen haben, bis es eingetreten ist. Du wusstest, dass die Wilderer Poppy und mich töten wollten? Ich kannte meine jungen Freunde noch nicht. Allerdings war ich auch nicht überrascht. Es war ganz so, wie ich unser erstes Treffen erwartet habe. Könnten wir vielleicht ganz von vorne anfangen? Das würde Poppy und mir sehr helfen. Ja, natürlich. Ich finde, das ist oft der beste Einstiegspunkt, nicht wahr? Vor vielen, vielen Monden sah ich gewisse Ereignisse voraus, die ich lange nicht zuordnen konnte. Bis ihr mir von den Schnatzern und den Wilderen erzählt habt. Ich glaube, das Symbol, das durch den Tanz der Mondkälber entsteht, markiert den Ort, an dem die Schnatzer versteckt sind. Wie es der Zufall will, kenne ich diesen Ort. Bitte fahre fort. Ich habe dieses Symbol bisher nur einmal gesehen. An einer Felswand der Steilhänge im Wald. Dann ist Eile geboten. Die Schnatzer, die dort versteckt gehalten werden, sind vielleicht nicht mehr sicher. Alles klar. Aber woher weiß er was? Was macht dich so sicher, dass das Symbol zu den Schnatzern führt? Ich bin nicht sicher. Toll. Doch so stand es in den Sternen. Das Schicksal nimmt seinen Lauf wie vorgesehen. Ich bin nur ein Bote. Das Glück ist uns wohl heute Halt. Dass du mir ein Symbol zeigst, dessen Ursprung ich erkenne, ist kein Zufall, sondern Schicksal. Okay. Und kommt jetzt hier so mysteriöse Musik im Hintergrund? Du hast gewisse Ereignisse vorausgesehen, bevor sich unsere Wege kreuzten. Welche denn? Die Ankunft eines Fremden, die Bedrohung durch einen Feind und die Rückkehr eines alten Freundes. Inzwischen bin ich davon überzeugt, dass ihr die Fremden, die Wilderer der Feind und die alten Freunde die Schnatzer sind. Ich sah auch zwei Orte, die damit verbunden sind. Die Höhle mit dem Mondstein und den Steinkreis, welcher in Mondlicht getaucht war. Alles klar, dann suchen wir sie. Wenn du mit diesem Ort recht hast, sollten wir uns auf den Weg machen. Wir sehen uns dort. Let's go. Wir dürfen die Schnatzer nicht noch einmal verlieren. Und jetzt? Hallo? Aha, jetzt. Oder? Ja, doch. Trifft sich südlich. Südwestlich von Brookborough. Mit Poppy. Wo ist das denn? Oh, das ist ja... Gar nicht weit weg. Habe ich hier den... Gibt es auch keine Flamme? Dann nehme ich wohl die da, oder? Ja, doch. Macht am meisten Sinn. So, weit weg schon wieder. Also, warum hatten wir jetzt... Wussten wir doch nicht mit Poppy sprechen, sondern nur mit dem Thorin. Kommt der überhaupt aus dem Wald raus, ohne dass er von anderen angegriffen wird, sage ich mal. Revelium. Oder dass er von anderen angegriffen wird und oder getötet wird. Eine Prüfung Merlin, die kann man auch bald mal machen, wenn ich das mit dem Stein verstanden habe. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr die Aufgabe schon gemacht habt oder so einen der Arzt schon gemacht habt, was man da machen muss. Hier ist ein Schmetterling. Was heißt Schmetterling? Okay, hier sind Schmetterlinge. Kann ich die einsammeln? Naja, die zeigen mir irgendwas. Okay, die zeigen mir irgendeinen Weg. Wie ist er denn jetzt gestorben? Und wo sind die Schmetterlinge hin? Hier oben. Ja, die zeigen mir irgendwas. Bäume, okay. Die zeigen mir anscheinend versteckte Sachen oder Geheimnisse. Womit ich meinen Baum der Windscher aufpäppeln kann. Also ich denke mal, dass ich den Baum dann da drin platzieren kann. Boah, schaffen wir es natürlich. So gut, wie wir sind. Hier bei einer alten Ruine. Ich denke mir, wir müssen warten, bis es Nacht ist. Ja. Dann können wir ja auch gleich im Anschluss da hinten den Turm machen. Den Astronomie-Turm, natürlich. Ja, das bin ich wirklich. Aha, also wartet er doch vor uns. Ja, da oben ist das Symbol. Etwas seltsam, dass wir nichts von ihnen gehört haben. Mit etwas Glück hängen sie noch immer über Omas Forschung. Was seid ihr? Knieze. Oh, das sind Katzen. Davon nehme ich auch mal eine mit. Für meinen Raum. Sind wir bis dahin längst weg? Ich bin auch eine einfache Taktikabung, um die Viecher zu fangen können, dass ich mir gerne schreiben. Sonst bin ich ja nicht immer so am strugglen. Aber ich habe es dann. Zack. Perfekt. Ich niesel, genau. So. Dann mal gucken. Ich glaube, genau da steht er auch schon. Haben wir hier noch irgendwas? Ne. Oh, wir sind. Ich grüße euch. Moin. Ich hoffe, du wartest noch nicht lange, Dorin. Symbol auf dem Boden. Keineswegs. Rivalium. Andererseits bin ich nicht der, der euch erwartet. Habt ihr den Mondstein mitgebracht? Gewiss. Ja. Gut. Er ist so wichtig für das, was jetzt geschieht. Ebenso wie ihr beide. Und was geschieht jetzt? Was sind diese Säulen hier? Vermutlich eine Schutzmaßnahme. Es gibt nur einen Weg, es herauszufinden. Und was die Lösung dieses Problems betrifft, wisst ihr beide es wohl am besten. Ne. Wie tut. Prävelium. Die spinne, ich hoffe, ich greife mich nicht an, wenn ich jetzt hier am Rätseln bin. Also hier muss man schon mal platzieren. Ah, muss ich hier jetzt einfach nur drehen? Ja, tun sie doch, wenn du siehst. Musst du ja jedes Symbol aktivieren? Bin ich ja immer im Kreis laufen. Ist jetzt ja eins weniger geworden. Ah, warum kämpfst du schon? Ah, lass mich da raus. Ich hab nix gemacht. Ich hab doch damit nix zu tun. Ich hab damit nix zu tun, liebe Freunde. Nee, geh doch weg. Ich hab ja ne Mission. Ja, das hab ich auch schon gemerkt. Alter. Alter. Warum denn jetzt schon wieder so ne Fette? Und der will niemand was zu tun haben. So. Nee, wir machen jetzt nicht Arresto Momentum. Und wir machen das nochmal. So. So, Licht und Schatten war's. Wo ist denn der Mond? Da ist ein Mond. Was ist das hier? Wir gehen auf den Mond. So. So. So, jetzt löscht der Mond. Warum löscht der da vorne nicht? Nicht in der Vorschieber. Löscht der immer noch. Was haben wir denn noch? Da drüben. Ein. Das ist Dreieck auf dem Kopf. Drehen wir mal. Da müssen die alle aneinander leuchten. Das kann natürlich auch sein. Ja. Da ist drüben ist ne Sonne. Ich mach mal die Sonne an. So. Jetzt löscht der Mond. Aber nicht mehr. Würde ich den Mond gerade nochmal drehen? Ne, ein Warnstück. So. Bitte da drauf. Danke. Jetzt leuchtet der Schlüssel. Wo ist der Schlüssel? Der ist hier. Der leuchtet. Ah, das eine ist Licht. Andere ist Schatten. Ich drehe das mal auf den Mond. Licht. Und Dunkelheit. Ah, hier bewegen sich auch Zeiger. Warte. Ah, hier bewegen sich auch So. Lässt mir doch nur das. Das wäre die Sonne und der Schlüssel. Wo ist denn die Sonne da? Dann drehe ich den mal hier rüber. So. Ja, okay. So schwer war es nicht. Wenn man es verstanden hat. Und jetzt. Muss ich euch verlassen. Kröle. Du kommst nicht mit rein? Okay. Alles klar. Ich dachte, da kann man noch tiefer rein. Ohne dass man einen Dungeon betreten muss. Oder eine Höhle. Aber nee. Man muss so da rein. Was haben wir denn hier so? Ja, ich glaube hier geht es nicht weiter. Genau. So viele Bücher. Du kennst das Arbeitszimmer meiner Oma nicht. Okay. Da sind ja noch mal Bücher drin. Dann gefällt ein Side Fact. Was haben wir denn hier? Ja. Das sind alles Tierwesen. Inzendium. Dieser Ort muss zu ihrem Schutz entstanden sein. Sie hatten nichts zu befürchten. Ja. Das denke ich auch. Wie kommst du darauf? Inzendium. Im Wilderer Lager fühlten sich immer so erdrückend an. Dieses Gefühl war überwältigend. Zumindest für mich. Hier spüre ich nur Sicherheit und Ruhe. Revealio. Das Gegenteil von einem Wilderer Lager. Okay. Wenn wir das sagen. Ist auch wieder alles mit Revealio rauszufinden. Inzendium. Wachen wir hier über das Feuer an. Halt, hier war nur was. So. Wir fliegen kann ich ja dann natürlich nicht. Wie komm ich dann da hoch? Damit. Ja, so wie du es gerade hattest, war es schon gut, Kollege. So schwer. Könnte ich das hier irgendwie drehen? Hier mit so einer... Ja? Nee? Okay. Nee, du... Rechst es immer zu weit. Aha. So war es auch so schnelles hin und her gucken. Machen? Nee. Dann noch mal so. Komm. Komm. Okay, der Baum, der lässt mich ja nicht durch. Achio. Achio. Vengavium Leviosa. Weil sie da eine gute Idee habt, wie man sowas schnell drehen kann. Ich meine, hiermit kann man das ja nur vor und zurück machen. Könnte mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Also. Achio. Komm ich da ja nicht hoch. Achio. 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 Ja, rumbacken der Kiste, sag ich mal. Aber ich komme hier so auch nicht hoch. Okay. Dann gehen wir erstmal weiter. So. Alles frei machen. Danke. Kannst du einsammeln? Komm mal hier. Ich wette, dass das nicht wirklich eine Sackgasse ist. Aber wie kommen wir weiter? Komm mal hier. Oh. Incentive. So. Achio. So. Incentive. So. Der Atmuss dann bestimmt hier oben. Papa. hier natürlich nicht sondern auf der anderen seite so dann kommen wir rüber er hat sich direkt an der kiste festgekrallt was ein super man natürlich ja dann gehen wir gleich weiter der staat für irgendwas machen Jetzt gehen wir ins Düstere hinein. Was haben wir denn hier? Das Rauch. Was macht der Rauch dann? Ist der giftig, der Rauch? Naja, hier stinkt es anscheinend entweder nur. Oder? Vielleicht war es ja die Oma. Vielleicht war sie es, ja. Also ich glaube, hier kommen die Bilder nicht so einfach rein. Das sind aber keine Schatze. Das sind Krähen. So viel dazu, dass sie hier nicht reinkommen. Fuck. Okay. Willst du drücken? Fuck. 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 Du kommst her, du bist niedergebrannt, bist entwaffnet und fliegst. Ach, hier ist auch noch einer. So, zack und boom. So, alle weg. Ah, da kommst du ein bisschen spät, Kollege. Oder? Ja, alle. Ja, sie kommt doch nicht spät. Bombarda. Zack. 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 So, Konfingo auch. Gut, so. Ach, es gibt auch noch Wölfe. Zack. die wird so weggekommen das glaubt ihr gar nicht zack, zack, ein Waffnöck, boom oh, es hallo oh Mensch, Leute so, ich brauche mal einen auf meiner Seite, der mir hilft Kutio zack zack ja, super ja, danke 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 okay haben wir hier noch irgendwas? ja da, die Sachen hier kann ich leider nicht mal aufgeben, weil meine Ausrüstung schon wieder voll sind ich muss mehr Prüfungen Merlins machen, aber da komme ich ja eben alleine nicht weiter deswegen brauche ich unbedingt eure Hilfe also wenn ihr da schon mehrere geschafft habt boom, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben würde ich sehr äh, unterstützen so, öffnen Sondern Mond oh, da sind sie ich habe sie gesehen, Leute ich hoffe ihr auch auch wieder sehr schön da da denke ich mal leben sie um den Baum herum oder auch im Baum da da sind sie jetzt müssen wir nur noch den Zauber brechen und ihr wollt, dass wir was für ein Zauber ich wollte immer nur, dass sie sicher sind und das sind sie du solltest das tun oh, danke für die Ehre das muss ich machen ja, nix okay bei Merlin wie wunderbar süß klein Tierchen nur wohin mit ihnen nur wohin mit ihnen sie brauchen noch Hilfe und sobald jemand von ihrer Rücke erfährt ihnen wird nichts geschehen die Zentauren sorgen dafür das schwöre ich danke danke Dorin für deine Hilfe bei der Suche und deinen Einsatz die Ehre gebührt ganz allein dir Kind die Wilderer hätten das nie getan vergiss das nie ja, vielen Dank aber sind das jetzt noch drei Stück da gibt es davon noch mehr ja ihr habt heute mutig gekämpft erlaubt uns ab hier zu übernehmen gern wenn es dir nichts ausmacht Dorin, würde ich gern bleiben und noch etwas Zeit mit den Schnatzern verbringen ja perfekt, mitnehmen kann ich davon den Baum niederbrennen will ich jetzt nicht mitnehmen kann ich davon jetzt leider gar gar keinen oder keinen also kann ich davon keinen bei mir im ähm Gehege halten was natürlich auch schade ist dass jetzt sonst noch irgendwas großartiges zu ergründen ja ja perfekt, kein Problem jetzt versuchen wir auf jeden Fall mal noch da den ähm 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 Absatz nenn ich's mal hoch zu kommen kann ich das mitnehmen kann ich das mitnehmen oder ist es nur hier dran gebunden ja es ist nur daran gebunden wie komm ich da hoch wie komm ich da hoch ich mein quer hat's ja auch nicht geklappt kann ich das nochmal hin vielleicht so nein nein ist ja nicht schon gar nicht wie sowas sondern so jetzt irgendwann dort zauber du ziehst es auf dem Boden einfach nur mit dir ja komm 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 ja super hm nein was machst du denn ja so nein kannst du es nicht über den Boden so einmal drehen Kollege hopp ich dagegen laufe Pendo 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 wäre natürlich cool aber sonst komme ich da nicht hoch muss eine truhe können wir gerne mal in die kommentare schreiben wie ich da hochkomme ja damit ich sagen gehen wir mal noch ins schloss komisch nicht okay dann von kurz betreten die alte stelle hier verlassen das alte schloss verlassen genau ja will ich jetzt nämlich endlich mal wissen die gibt es ja diese eine mädchen da war immer meine hilfe braucht was ist denn überhaupt eine hilfe benötigt was man denn da überhaupt für sie machen kann damit sie nicht wenn ich immer sagt könnte mir könnte mir jemanden noch helfen gehen wir jetzt mal zu ihr und fragen denn wie man ihr helfen kann ok welche stufe bin ich jetzt 27 stufe muss hierfür sein 28 bald freunde bald erwartet da war und dann mal ganz schnell immer ein gegner weniger gehen wir sogar noch mal verteidigung so sehr schön hier herausforderung haben wir auch was geschafft und zwar ausrüstung ich glaube hier ist auch eine aufgabe ja da unten die meine ich das ist noch weiter ja okay es ist noch eins nach unten man sieht dann nicht so unsere freunde mal irgendwie durchs schulgebäude spazieren ja die hier meine ich ja sind nur bei geht's dir gut weißt du nicht wer ich bin sinobia nok das mädchen das alle in der schule grundlos hat mir vielleicht weil du mir so nervst tut mir leid das zu hören warum hassen dich denn alle ja warum kann ich mir denken tut mir leid dass die anderen nicht netter waren das ist nett es gibt hier wohl doch ein paar freundliche menschen natürlich freunde finden also habe ich meine sammlung in den gemeinschaftsraum gebracht meine kobold stein sammlung ich hatte gehofft jemand würde mit mir spielen kennst du kobold steine kleine kugeln wie murmeln ein tolles spiel wenn du verlierst bespritzen sie dich mit stinkender flüssigkeit küsse nicht klingt aber nicht furchtbar klingt lustig das klingt nach spaß das wollte ich den anderen auch erklären menschen können so grausam sein nur weil sie mit stinken der kobold stein spucke bespritzt werden dabei haben sie doch verloren die melder ist eine der schlimmsten aber everett und ist ja sind auch schrecklich und jetzt haben diese schlechten verlierer meine kobold steine an hohen orten überall in der schule versteckt ja die haben überreagiert da haben sie ziemlich überreagiert allerdings und jetzt weiß ich nicht wie ich sie allein zurückholen soll ich glaube ich kenne die nötigen zaubersprüche noch nicht aber jemand talentiertes aus der fünften klasse könnte mir sicher helfen ja was ein zufall dass ich in der fünften klasse bin weiß oder wie man sie denn kommen kann wie man deine kobold steine aus ihren verstecken holen kann dann könnte ich sie ja gleich selbst holen wer meine kobold steine versteckt hat kam ja auch da hoch ich mach das mal sehen was ich tun kann das wäre wirklich toll komm bitte wieder zu mir wenn du alle meine kobold steine gefunden hat bald kann ich wieder ganz allein schlangengruben und boccia kobold stein spielen ja kein problem das würde ich sagen machen wir auch noch nehmen wir auch noch ein angriff ist das draußen hallo ja natürlich sollte nachsehen ob ich an hohen orten in der schule sinobias steine finde es ist einer von sinobias kobold stein ich verstehe nicht was der aufruhr soll direkt gefunden ist auch eine kiste hier in dem turm hinter der mauer gucken wie ich das spät reinkommen wo muss denn jetzt sind hier hoch sondern so viele aufgaben zu erledigen wie wir das sind auch alle in angriff nehmen ja mein hier noch weiter nach oben ich sollte nachsehen ob ich an hohen orten in der schule sinobias steine finde dann hier runter genau hier war ich schon gar nicht und irgendwann im dachstuhl hier sind die tiere mit ziffern oder zahlen erklärt okay das ist gut zu wissen ohne grafik dazu wie das funktioniert ja da muss ich in der ruhe mal gucken würde ich sagen und mich damit mal auseinandersetzen und mir die bilder und zeichnen alles zusammen angucken weil ich hab das ja vorher auch noch nicht so richtig verstanden aber wenn nachsehen ob ich an hohen orten in der schule sinobias steine finde ja aber wenn ihr das schon gelöst habt könnt ihr mir gerne einen kommentar schreiben wie das funktioniert funktioniert so funktioniert also funktioniert wie es geht wie ich die türen anhand der malereien öffnen kann mit dem zeichnen zeichnen so geht's hier hin jetzt richtigen ravenclaw oder nicht ravenclaw tun ist hier auf jeden fall ist wieder so eine tür die türen sind nämlich überall ich sollte nachsehen ob ich an hohen orten in der schule sinobias stein ja habe ich hier hoch denke ich mal ja immer vier von sechs kommen wir sind schneller als die treppe komm 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 naja da kann ich gerade was ne hier sind wir sind schon wieder so ein zeichen also das ist überall in der ganzen schule deswegen bin ich da mich selber nicht drauf kommen auf eure hilfe angewiesen ich sollte nachsehen ob ich an hohen orten in der schule sinobias steine finde ja aber ist sogar eine handbruchseite vollrüstung diese ungewöhnliche rüstung wurde für einen troll gefertigt dass sie erhalten geblieben ist grenzt an ein wunder denn trolle tragen normalerweise keine rüstung und würden sie verständlicherweise in ihrer verwirrung oder wut zertrimmern da hinten ist es war nicht schon gesehen und da oben ich glaube dass sie dahinter so eine special tür von sinobias kobold stein ich sollte zu ihr gehen mache ich ja ich will noch gleich erzählen was die nächste aufgabe ist oder der auftrag der aktualisiert wurde das finde ich nämlich auch ganz spannend wer denn jetzt noch was ähm spezielles von mir möchte so dann bringen wir ihr mal ihre steine zurück und erzählen ihr dass sie ihr komisches spiel spielen kann ich hoffe du hattest mehr glück als ich bei der suche nach meiner hallo xenobia ich habe deine kobold steine wirklich das hatte ich nicht erwartet wie hast du das geschafft gesunder menschenverstand und etwas magie und gibst du mir meine kobold steine kann ich nein sagen oh ich kann das nicht behalte sie oder ja alle anderen unfreundlich zu ihr sind gebe ich es ihm ja mal wieder ähm falls ihr den unteren weg genommen habt würde ich echt interessieren was da passiert es sind ja schließlich deine oh wie toll ich werde alle meine zukünftigen siege dir widmen da fällt mir ein obwohl irgendjemand im gemeinschaftsraum lust auf ein spiel hat jetzt wo ich meine steine wieder habe ja bestimmt anstrengend sie wieder zu holen jetzt spielen sie bestimmt mit gute idee ja nicht wahr wir werden so viel spaß miteinander haben wenn all die verlierer besprüht werden und ich nicht also gut los geht's wünsch mir glück mach ich ey bitte ah noch nicht gedacht 20 was kann denn noch für ein auftrag ein wie blüht auf ja dann halten wir noch kurz schwätze mit ihr und schnatzern das ist eine große halle gucken was er noch so zu erzählen hat von dem was er noch erfahren hat und den schnattern hopp 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 sehr schön sehr schöne grafik hier ist kann man in dem brunnen eigentlich was machen ne hier klingt aber irgendwas das ist die flamme da unten hier waren wir auch gerade eben beim piepst und hier mit den flammen die kann man ja auch anzünden und hier drunter die zeichen drehen weiß ich auch noch nicht was das zu tun hat 1234 weiß ich nicht können wir auch gerne mal weiterhelfen es sind noch sehr viele rätsel zu lösen und ich würde gerne wissen was man da so kommt wenn man das löst ob das irgendein special kleidungsstück oder sowas in der art ist die leute sieht man hier werden führung liegt leider nicht hier sind immer welche am essen ich habe gerne geholfen natürlich so etwas tun freunde doch füreinander oder das stimmt wohl gut dass du nach hogwarts gekommen bist es ist jetzt schon mein bestes jahr ich will natürlich keine zweite hornschwanzhalle aber die drei besen haben mir gefallen ich wusste gar nicht wie hübsches dort ist was du warst noch nie in den drei besen ich habe früher viel zeit mit wolkenschwinge verbracht und wer weiß was die rona davon hält wenn ein hippogreif auf ein butterwir vorbeischaut wolkenschwinge ist die einzige mit der ich hingehen würde oder oma wolkenschwinge ist halt ein tier so wolkenschwinge ist großartig aber vielleicht solltest du noch ein paar andere freunde finden ich komme langsam auf den geschmack menschlicher freunde das ist super es war schön über meine eltern und oma zu sprechen und wolkenschwinge zu teilen hast du oma erzählt weiß deine oma dass wir die schnatser gefunden haben ich konnte es nicht für mich behalten ich habe ihr alles gesagt sie war außer sich dass ich in der nähe der wilderer war aber sie gab zu dass sie wegen der schnatser neidisch war aha hast du davon auch von den eltern gehört gut es war mir eine freude poppy halt dich aus ärger raus ich weiß nicht ob ich das kann wir haben uns schon zweimal mit wildern angelegt durch dich komme ich langsam auf den geschmack und mit den zentauren als verbündete könnte ich sogar nach ärger suchen wir sollten uns bald mal auf ein butterbier treffen ja das können wir gerne machen ey ja können wir machen hier ist gute freunde ah ja und 28 100 level 28 oh das kann doch nicht wahr sein nun denn freunde in der hoffnung dass wir nächste folge level 28 kommen und der an weiterhelfen und den letzten auber spruch lernen der uns noch füllt würde ich sagen was ist mit dieser folge ich hoffe sie hat euch gefallen verzehr lasst gerne einen daumen nach oben da wenn ihr nichts mehr verpassen wollt abonniert den kanal und aktiviert die glocke und wenn ihr die sachen wisst wie mit den türen und den symbolen schreibt es gerne in die kommentare und helft mir dabei und dann sehen wir uns bei der nächsten folge bis dann ciao ciao so